Tag auch. Heute in unserem Q&A zur Folge zu Videospielen haben wir doch noch ein paar ganz nette Rückmeldungen bekommen. Starten wir direkt mal durch. Genau, die erste Rückmeldung kommt von Funkenhagel. Sehr schön, dass du wieder dabei bist und uns immer fast jedes Mal eine Frage stellst oder eine Anmerkung oder einen Kommentar hinterlässt zu jeder Folge. Was mir noch als sozialer Aspekt beim Gamen in Erinnerung ist, sind LAN-Partys. Also vor allem DSL. Noch was Neues war, dass nicht alle hatten und Online-Spielen entsprechend neu und weniger verbreitet war. Wobei ich vieles, was bei diesen Events so gelaufen ist, nicht unbedingt positiv bewerten würde. Aber so ist das vielleicht, wenn man mit 14 in einem wenig reflektierten Umfeld unterwegs ist. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich LAN-Partys nur von meinen älteren Freunden kannte. So einen Freundeskreis hatte, wo die Leute ein bisschen älter waren und da war das dann noch ein bisschen mehr so ein Thema. Wir haben dann mal irgendwelche CSGO und Age of Empires 2 LAN-Partys gemacht. Aber abgesehen davon war das irgendwie kein großes Ding bei uns. Also klar, irgendwie sich mit Freunden treffen, die ganze Nacht durchmachen und Call of Duty MW2 dann auf dem großen Bildschirm im Vierer-Split-Screen spielen. Klar, solche Sachen. Aber abgesehen davon waren LAN-Partys einfach, glaube ich, nicht mehr in meiner Generation halt so wichtig. Aber die paar Male, die wir halt eine LAN-Party gemacht haben, genauso wie diese Übernachtungspartys, habe ich natürlich als sehr schön in Erinnerung als sozialen Aspekt. Ich hatte früher mir immer so ein bisschen gewünscht, noch mal in dieser Zeit gewesen zu sein, wo es dann irgendwie diese angemieteten Turnhallen und Schulen gab, wo dann endlos Tische aufgereiht waren und Leute einfach für zwei Nächte da in so einer Turnhalle gepennt haben und zusammen gezockt haben. Aber leider, das gibt's nicht mehr. Abgesehen von irgendwelchen Spezial-Events ist das auch einfach kein wichtiger Bestandteil mehr von Gaming-Kultur. Es spielt sich ja nur noch von zu Hause ab. Und das stimmt schon, da wurde ein gemeinschaftlich genutzter Raum den Leuten genommen. Ja, ich hab auch keinen so persönlichen Bezug zu dem Thema, weil das auch irgendwie mir vorbeigelaufen ist mit LAN-Partys und all dem. Witzigerweise hat sich mit meinem Bruder so eine Tradition entwickelt, dass wir einmal im Jahr eine LAN-Party zu zweit quasi machen, und zwar an Weihnachten. Weil wir beide eben Weihnachten hassen und alles, was da rumherum läuft, sowohl die christlichen Aspekte als auch die Konsum-Aspekte. Und dann fliehen wir sozusagen immer und haben das so mittlerweile zu so einer eigenen Tradition gemacht, dass wir dann einmal im Jahr zu zweit eine LAN-Party machen. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht das, was du jetzt meinst, aber dann treffen wir uns halt auch ganz klassisch mit unseren PCs und zocken halt so richtig so lange, bis wir einfach nicht mehr können. Probieren halt so lange wach zu bleiben, wie es nur geht, bereiten uns mit Energy voll und fressen halt irgendeine Scheiße. Also unsere Donnerstagabende. Nein, natürlich nicht. Sowas mache ich hier nur einmal im Jahr, aber das genieße ich auf jeden Fall auch und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ich meine, zu den negativen Aspekten fällt mir noch ein, also ich glaube, von so toxisch-männlichen Männerbünden war das jetzt bei uns bei den LAN-Partys nicht viel schlimmer als das, was ich irgendwie in einer Jugendfußballmannschaft umkleide, sonst auf dem Schulhof so mitbekommen habe oder in anderen Freundesgruppen. Das war eigentlich genau das gleiche schwierige Verhalten wie sonst auch. Also da waren LAN-Partys irgendwie nicht für mich besonders. Aber ich denke mal, es kommt auch immer noch aufs Umfeld an. Wir hatten ja auch ein bisschen angesprochen, dass das vielleicht bei so Leuten, die sich eher mit Zweite-Welt-Kriegs-Shooter identifizieren, dann nochmal teilweise schlimmer war, aber war eigentlich die gleiche Scheiße, nur in einem anderen Gewand. Aber dass wir es eben nicht erwähnt haben, liegt auch vielleicht einfach so ein bisschen daran, dass wir eben, wie schon gesagt, nicht so den großen Bezug dazu haben und deswegen auch so eine kleine Leerstelle. Aber danke dann für die Ergänzung. Ist ja in der Tat ein wichtiges Thema, Solan. Das stimmt. Partygeschichten, was Spiele angeht. Dann haben wir noch eine längere Rückmeldung von Melania bekommen. Moin. Hier ein bisschen Feedback zur Gaming-Folge. Spannend und unterhaltsam wie immer. Ihr habt da echt was Schönes geschaffen. Ich hoffe, euch bereitet das Erzeugen der Folgen so viel Freude wie mir das Hören. Danke dir erstmal. Tut's teilweise schon, ja. Tut's teilweise schon. Also zumindest das Einsprechen macht auf jeden Fall viel Spaß. In der Regel das dann verarbeiten ist oft schon ziemlich hart. Außer diese eine Folge, wo ich verkatert war. Das war schlimm. Vielleicht könnt ihr ja raushören, welcher es war. Okay. Sollen wir doch auf irgendeine Art von Gewinnspiel ansetzen? Wer rausfindet, wo Joshua verkatert war, bekommt... Ich hatte doch mal diesen anarchistischen Wein, oder? Er kriegt eine Flasche von Soli-Wein aus dem Syndikat-A-Shop dann. Ja. Meldet euch, wenn ihr das rausfindet. Ich finde, die Probleme um Cyberpunk 2077 ist ein super Beispiel für die Dynamiken der Gaming-Industrie, die ihr angesprochen habt. Release wurde immer wieder verschoben und dann mit heftigen Problemen und Bugs doch noch rausgehauen, weil eben nicht mehr die Bedürfnisse von GamerInnen, sondern die Kapitalinteressen von AnalystInnen und InvestorInnen zählten. Lustigerweise zeigt das Spiel inhaltlich wie fast kein anderes bisher die dystopischen Auswirkungen des Turbo-Kapitalismus und ist quasi selbst am wirtschaftlichen Druck gescheitert. Hab tatsächlich erst durch Corona angefangen zu zocken und mal ein paar Stunden ins Spiel eintauchen und einfach durch eine geile Landschaft reiten, hat es an vielen Tagen echt erträglicher gemacht. Ein Aspekt, der mir in der Folge gefehlt hat, ist, dass Games eben nicht nur radikalisieren oder abstumpfen, sondern einem auch gut tun können. Spiele meistens mit meinem Mitbewohner. Er hat seit Jahren Depressionen und merke deutlich, dass es für ihn eine sehr gute Ablenkung ist und etwas, worauf man sich konzentrieren kann. Ein Zeitvertreib, der einen nicht sozial so viel abverlangt. Ich finde es ultra schön, beim Zocken zuzuschauen, wenn Menschen durch ihre ästhetische Spielweise eine Geschichte erzählen, dann ist das wie ein Spielfilm, den man beeinflussen kann. Ein Spiel, das ich persönlich auch ziemlich feier, ist Horizon Zero Dawn. Beispiel für eine nicht stark sexualisierte, körpernormierte, weibliche Hauptprotagonistin. Und dann schreibst du noch am Schluss, ey, und die Folterquest bei GTA 5 fand ich auch richtig kacke. Sehr wholesome, wie sagt man das? Sehr was? Soll ich das vorlesen? Ja, dann lässt du das vor. Ich kann auch nicht aussprechen. Da Marian jetzt Probleme hat das auszusprechen, lese ich das nochmal vor. Also du schreibst noch, ha ha ha. Ey, und die Folterquest bei GTA 5 fand ich auch richtig kacke. Sehr wholesome, wie du davon erzählt hast. Aber diese Betonung, das ist wundervoll. Das ist Englischstudium, ne? Ja, also bezüglich diesem Scheitern von Cyberpunk. Du hattest ja, glaube ich, nicht so eine starke Erwartungshaltung an das Game. Ich hab's ein bisschen Trump verfolgt, obwohl ich von Anfang an recht skeptisch war, was genau das wird. Gerade bei diesen längeren Spielentwicklungen, also was anderes, woran ich mich noch erinnern kann. In meiner Jugend war Duke Nukem Forever. Das wurde auch irgendwie so ewig angekündigt und das wurde von dieser ganzen Gamepress dann hochgehypt. Das war jetzt für mich nicht so interessant, aber ich fand's dann auch interessant, wie stark dieses Spiel gescheitert ist. Für mich war, glaube ich, so ein vergleichbarer Moment dann das zweite Battlefront, was als First-Person-Shooter rausgekommen ist vor ein, zwei Jahren. Was dann aber nicht an technischen Fehlern gescheitert ist, sondern dass dieses Spiel auf einem Pay-to-Win-Modell mit diesen Sondercharakteren, dass man ja später Darth Vader feilschaltet, dann halt basiert hat, wodurch das Spiel dann auch komplett ruiniert wurde. Ja, natürlich bei Cyberpunk ist das halt nochmal deutlich ironischer, wenn es dann auch ein Spiel ist, was eine Anführungszeichen widerständige Geschichte erzählen will oder auch eine kritische Geschichte, die sich natürlich in so einem dystopischen Setting dann gesetzt hat, kritisch mit der heutigen Gesellschaft auseinandersetzung, in Unterdrückungsformen, die da drin herrschen. Aber das ist ja jetzt auch nichts verwunderliches, dass dann solche Produkte dann, egal wie widerständig sie sich geben und auch wie kritisch sie dann in ihrem Text sind, dadurch, dass sie halt von Profitinteressen abhängig sind, im Kapitalismus auch zerstört werden. Ich fand auch spannend, dass du geschrieben hast, dass du erst durch Corona angefangen hast zu zocken. Gegen vielen Leuten so. Auch wir haben dann auch wieder mehr gespielt, weil wir einfach mehr Zeit hatten natürlich dadurch und einfach vieles anderes weggefallen ist. Ich denke, auch, dass es, jetzt sag ich mal, nicht nur, also es ist auch natürlich teilweise positiv, du hast es ja, du hast ja auch positive Seiten daran beschrieben, dass eben das tatsächlich dann auch eine ziemliche Einöde war und dadurch man einfach nochmal in andere Welten auch entfliehen konnte. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch, was sowohl, was diesen Fortschritt von virtuellen Welten innerhalb der Gesellschaft als auch so Fortschritt von Digitalisierung angeht, ist es dann in beiden Fällen so positiv sowie negativ letztendlich. Und letztendlich finde ich es potenziell eher gruseliger und potenziell, also dieses, was uns ja so verkauft wird, ne, dieses ganze, das drivet jetzt eher so ab in ein anderes Thema, aber speziell mit der Digitalisierung wird ja uns dann von verschiedenen Stellen eben als, oh, das ist so toll, ne, und irgendwie, aber es ist scheußlich halt. Ich hasse es, irgendwelche Treffen und irgendwelche Vorträge und irgendwelche Sachen ständig im Internet nur noch auf der Couch. Die Leute kriegen es technisch nicht hin, es ist einfach nur ermüdend. Du hast keinen sozialen Kontakt mehr mit Leuten und das sind alles nur für mich schlechte Behelfsmittel letztendlich. Ja, es ist gut, dass natürlich viele Sachen dadurch weiterhin stattfinden können, aber es zeigt halt einfach so eindeutig so viele schon vor, negative Tendenzen halt innerhalb der Gesellschaft. Wer denkt sich nicht so nach so einem komischen Zoom-Meeting, da eigentlich würde ich jetzt mit den Leuten noch gerne weitergehen, irgendwie in die Stadt gehen oder noch weiter rumsitzen und unterhalten, aber das funktioniert einfach da nicht. Niemand hat mehr Bock nach anderthalb Stunden Zoom-Yitzi oder Mumble dann noch weiter sitzen zu bleiben und sich noch nett zu unterhalten, weil es einfach für alle so unfassbar ermüdend ist. Aber bezüglich diesem im Corona wieder mehr Zocken, also für mich war es auch so ein Ding, dass ich bewusst jetzt neben den Sachen, die wir zusammen gemacht haben, nicht mehr dann alleine viel gespielt habe, einfach weil ich weiß, dass das dann schnell auch wieder einfach da reinfallen kann, dass man sich dem dann voll und ganz hingebt, weil es halt offensichtlich einfach ist, dann da in so virtuelle Welten zu entfliehen. Also ich habe, das habe ich im eigentlichen Podcast gar nicht erzählt, aber ist vielleicht ganz interessant. Ich habe so über die Jahre auch teilweise auch den Zugang zum Spielen auch so in gewisser Weise verloren, dass ich wirklich das einfach nicht mehr oder ganz selten schaffe, mich darin fallen zu lassen. Also im Prinzip eine der Haupterfahrungen letztendlich im Zocken, dass man wirklich, sag ich mal so, alles ein bisschen um sich herum ausblendet und sich so voll auf das Spiel konzentriert und darin so eintaucht. Das gelingt mir richtig, richtig selten. Selbst bei richtig tollen Spielen, die mir auch Spaß machen, schaffe ich das einfach nicht, dass ich dann schnell nach einer Stunde oder so einfach schon wieder denke, boah, jetzt sitzt du einfach hier rum und uns hockst einfach nur, obwohl es ja auch mal in Ordnung ist, das zu machen. Und das ist auf der anderen Seite auch irgendwie wieder schade. Da habe ich über die Jahre auch das so ein bisschen verloren, weil mein Antrieb eben, Dinge zu bewegen, politisch zu handeln, ist ja oft so groß, dass das zumindest in dem Bereich, von anderen Bereichen wie jetzt Lesen und so weiter, wobei da habe ich es mir teilweise wieder geschafft, mehr anzueignen wieder, aber im speziellen Videospielbereich, das mir jetzt auch so ein bisschen diese Erfahrung auch genommen hat. Und da habe ich zumindest während Corona jetzt punktuell auch mal wieder geschafft, so mir das so ein bisschen zurückzuholen. Also bei mir ist es eher so, dass dadurch, dass durch Corona weniger passiert, habe ich einfach auch viel weniger Anreiz, so die Spiele dann nochmal anzufangen und auch Serien beispielsweise. Ich habe echt immer das Problem, so die ersten drei Folgen von einer Serie zu gucken, die Einleitung von einem Spiel zu spielen. Der Drang bei mir ist so groß, das einfach niederzulegen, dann wieder aufzuhören und dann lieber diese Sachen zu machen, die ich dann irgendwie in dieser Einteilung in meinem Alltag als nützlich erachte. Sei es politisch vorankommen, sich weiterzubilden, Sport zu machen, sowas. Also mir fällt das immer schwerer, da diese ersten zehn Prozent zu gehen und danach dabei zu bleiben, sei es beim Spiel oder in der Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube das letzte Mal, dass ich wirklich direkt bei so einem Spiel irgendwie mich da durchgekämpft habe, war bei Dark Souls 3 oder bei Bloodborne, wo dann man sagen muss, das hat auch kritische Ausmaße angenommen. Ich weiß noch, diese zwei Wochen, die ich Bloodborne durchgespielt habe, wo wir beide uns in der WG irgendwie nicht mehr so viel gesehen haben, glaube ich. Das war halt auch so kaputt, weil ich glaube, das war sogar in meiner Klausurenphase während der Uni und ich habe irgendwie nichts anderes mehr gemacht, außer Bloodborne halt zu zocken. Tag für Tag aber die Bosse durchgespielt und du hast dich irgendwann auch nur noch so daneben gesetzt, damit du noch irgendwie Zeit verbringst, weil ich so davon gefesselt war. Ich kam dann ab und zu rein und hab dann dein Leid in der irgendwie 30. Runde bei dem und dem schwierigen Boss, dass dann wieder die einzelnen irgendwie verschiedenen Moves dann, dass die Rolle perfekt sitzen muss und hier noch den Trank dann und wieder der totale Wahnsinn. Also bei den Spielen, da bin ich auch wirklich, das war mir immer zu krass dann, mich so reinzufriseln. Ja, das ist bei mir einfach nur dieses Ding, irgendwie habe ich so vollstärkt, wenn ein Spiel mich so richtig fickt, weißt du, und ich will dann einfach das besiegen. Das beißt sich dann so, das hatte ich schon bei so beschwissenen Handyspielen selbst, dass ich dann gesagt, nee, jetzt gebe ich mich nicht geschlagen, so. Ja, aber es war dann mehr hier irgendwie so, keine Ahnung, Ninja Jump oder irgendwas. Ja, aber bei Bloodborne war es das schlimmste. Das war auch so witzig, nach den zwei Wochen war es dann vorbei, dann habe ich einfach gar nicht mehr gespielt, so für ein paar Monate gar nichts mehr gezockt. Ja. Jo. Genau, aber das waren im Prinzip jetzt schon eure beiden Rückmeldungen. Echt? War das alles? Ja, genau, du laberst halt von wegen... Ach so, ja, ich dachte, das wären drei oder vier. Naja, Leute, also, ich meine, ihr habt die Folge auch schlecht geklickt, so. Seid ihr schuld, dann kriegt ihr auch nicht mehr Fragen. Das muss man auch sagen dazu, dass wir waren tatsächlich in dem Fall ein bisschen überrascht. Also bei anderen Sachen waren wir dann überrascht davon, dass es dann so gut ankam oder so viel geklickt wurde, zum Beispiel in den letzten Folgen, wo dann, ja, die Qualität beim ersten Mai und auch davor die Qualität so bescheiden war, dass es dann doch so gut angekommen ist und so so weit, weite Kreise gezogen hat. Und jetzt in der Folge waren wir ziemlich schockiert davon, wie wenig Leute das irgendwie interessiert hat. Und ja, das ist irgendwie spannend, weil wir dachten tatsächlich, es ist auch ein Thema, was ja auch viele Leute betrifft, weil viele Leute einfach zocken. Und das ja auch in einem politischen Kontext auch viele Leute sind, die das machen. Und anscheinend hat euch das nicht so gehuckt, das Thema. Aber naja, so ist es halt. Es kann ja nicht jedes Thema irgendwie jetzt alle mitreißen oder so. Und es kann auch nicht bei jedem Thema gelingen, dass wir es auch schaffen, dann nochmal neue Kreise an Leuten anzusprechen. Manchmal gelingt es, dass wir dann auch neue Kreise an Leuten erreichen durch eine Folge. In dem Fall eben nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wenn jedes, wenn nicht jedes Mal tausend Fragen kommen oder so. Ich meine jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen Fragerunde auf Instagram von Leuten, die da uns folgen. Das war ja richtig gewaltig, wie viel da kam. Und von daher... Machen wir vielleicht das jetzt anstatt folgen. Immer sonntags kommt die Fragerunde jetzt. Nein. Na gut, aber trotzdem waren denn trotzdem noch zwei spannende Rückmeldungen. Genau. Ach ja, Horizon Zero Dawn hatte ich ganz vergessen. Habe ich auch hier durchgespielt. Du hast das, glaube ich, auch mal angezockt und kann man auf jeden Fall auch noch auf die Empfehlungsliste packen. Gerade für die PrimitivistInnen, die sich vielleicht noch nach der Primitivismus-Folge unter uns tummeln. Sehr spannendes Spiel für euch. Und ja. In dem Sinne sehen wir uns... Sehen wir uns? Hören wir uns. Wir hören uns am Sonntag dann bei der nächsten Folge. Glück auf. Glück auf.